Flugzeug Links, oben, Hügel, äh, Süden. Ach da, ja, süß. Mindestens ein Spieler beim Auto. Beim Dutch Charter? Und dem müssen wir uns kümmern. Ja, dann lass den. Airdrop. Wir haben ihn ja noch ein Minuten. Oh, der ist nach vorne. Ja, ich weiß noch, wir müssen uns jetzt um den Typen... Ich glaube aber auf der anderen Flussseite. Wir müssen den Typen nach Dutch Charter, mein Bein. Der Typ kann es vielleicht nicht schicken. Pass auf die Häuser auf. Das sind zwei Spieler mitten, die drei Spieler. Mindestens. Seht ihr sie? Darf ich? Bist du die? Ja, nein, nein. Ach, da. Ich schließe, ja? Warte. Warte, warte, warte noch. Ah, scheiße, das sind sie beide hinterm Hügel. Das sind drei mindestens. Und der andere läuft hinterher. Äh, Leute, wo sind die? Ah, Tankstelle, Tankstelle, Tankstelle sind die. Jetzt schon? Ja. 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 Schauen tut da gerade keiner. Oh, ich muss noch ein Stück in die Zoo da rein. Leute, die in der Tankstelle sind die. Oh. Ja. Wenn ich Pech habe, hat er mich gesehen. Welcher? Der direkt hier links am Fenster hockt. Die haben es bestimmt schon gehört. Ja, der guckt hier hin. Es geht unter dir. Ey, der ist hinter dir. Das ist eine. Direkt bei dir, ist einer. Wo? Wo? Er war einer. Er ist tot. Ach, der lag da? Der ist vorbeigelaufen. Der hat an der Infektion. Fuck! Direkt bei mir, direkt bei mir! Scheiße. Hätte ich nur die scheiß Schrot gehabt, man. Gerade die scheiß Granate in der Hand. Hier ist der Deck an der Mauer, Vorsicht. Oh, ja, unnötig. Ich hab einen ausgenommen. Wow, einer rechts lang. Da ist noch einer. Ja, der hat sich direkt gekillt. Der läuft irgendwo hinter dir. Hinter dir. Oder du bist schneller. Mal sehen. Nein. Schade. War eine Aufwärmrunde. Nächste wird besser. Ja, das war der letzte. Das war der letzte. Der letzte war, aber ich hab auch Potato. Ich hab ja zwei Leute ausgenommen. Einen mit der Granate. Ich hab zwei Leute mit der Granate ausgenommen. Ich hab da vier Granaten reingerorfen. Drei Kills. Ich hab drei Kills. Erst gestorben. So, ich hab gekling. Oh, Jörg. Ja, ich bin grad... Ich muss grad noch... Also, ähm... Ich bin auf ready. Ich muss kurz neu starten. Das wird so nichts mit der Kamera. Okay. Hallo Chris, ich hoffe, du bist grad eingetroffen. Nein. Verdammt. Hier ist ein Spieler. Oder ein Team. Gegner bei mir. Ganzes Team. Ähm... Ganzes Team wirklich? Ja. Safe. Mindestens aber zwei. Okay, halte durch. Ja. Kavallerie. Den hat er schon. Kavallerie kommt. Hab noch einen. Bleib, bleib, bleib in Deckung. Ah. Nein! Mach mal ein, überfallen, schnell! Nein! Ey, alte vier. Oh nein, jetzt hab ich's wirklich gemacht. Nein, was soll's. Ah. Was? Oh nein. Oh nein. Was? Das war's. Das war's. Oh nein. Er ist immer tot. Nein! Neiiiin! Nein! Genau und als ich aufgeladen habe. Ähm... Nein! Für die einen Geplinger? Chris, machen wir noch schnell ein Duo? Was ist mit Mario? Ähm, finde ich hier eine Granate? Ey man, ich hab die beiden überfahren, aber es ist schon... Ich hab beide überfahren, ne? Aber beide haben keinen Schaden bekommen. Ich finde jetzt irgendwas geiles, ne? Da kam ein ganzes Team und dann kam der Hedge mit der Pistel um die ich her. Ne, aber wie dumm war das? Ich bin einfach mit dem Wagen über die drüber gefahren. Dann war die Pistel an der Seite. Da bin ich schonmal durch den anderen durchgefahren. Er war im Auto drin. Also er steckt im Auto und dann saß er im Auto drin. Also das System ist ja korrupt. Granaten? Liegen hier Granaten? Nein, was ist das? Achso. Kann das Ding in der Hand explodieren? Ja. Ich versteck meine Kiste. Warte. Da findet keiner die Kiste. Hehehehe. Discrema is on fire. Nein! Wenn wir hier Loot verstecken... Natürlich nicht, dass mein Loot sofort gefunden wird, ne? Genau. Aha! Jetzt hast du ja noch guten Chat. Du warst ja auch schon weg. Du musst ja komplett, ne? Oh geil! Siehst du nicht aus? Weil ich mich jetzt selbst töte! Du musst ja Granate laufen! Du musst ja Granate laufen! Du musst ja Granate laufen! Jaaaa! Alter! UMP mit Munition hier, aber scheiß drauf! Jaaaa! Da war auch einer, aber ich habe es! Da ist ein Mantel, okay, jetzt müssen wir laufen! Hast du auch ein Mantel? Ja! Hast du auch deine zwei Automatikpistolen, die aus deinen Ärmeln geladen werden? Nein! Schade! Du hast da zwei Esther am Mantel hängen! Ich bin nicht so cool! Ah ne, sind deine Arme! Oh nein! Lass es! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich habe das nicht vermisst, ne? Warte mal! Habt ihr schon mal auf den Fluss geguckt? Ist da ein Boot vielleicht? Ja, ist ja ein Boot! Echt? Wo? Wir sind gerettet! Boote, Boote, Boote! 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 Markieren! Boote! 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 Besuchen sie uns! Boote! Boote! An der Brücke hier! Blau markiert! Ne, grün markiert! Da! Oh! Dann haben wir ja noch Zeit! Dann können wir auch kriechen! Ach Gott! Chris lootet erstmal voll der Arschlag! Warte mal Chris! Ist das ein Auto! Ja! Ah! Bei euch der! Ja! Wir reichen mit Stil! Aber erstmal looten! Erstmal looten! Per looten! Dann! Mach nicht! Hast du ein Holo? Leider nein! Ich habe Zweifer aber das ist schon für meine andere Waffe! Okay! Oh! Kompensator! Nein! Das wäre der P! Kann ich nicht benutzen! Ähm! Brauchst du einen Handgriff? Äh! Ne! Ne! Nur ein erweitertes Magazin oder irgendwie Schalli Kompensator? Irgend so was vielleicht noch? Äh! Ich hab... Ne! Ich hab ein Zielkanister! Äh! Schau auf mich! Ging die hin! Die gingen auf mich! So viel dazu! Äh! Michi beim Turm! Hier beim Turm! Beim Turm! Beim Turm! Äh! Gib mal die Richtung gerade! Ich bin unter dir! Äh! Südosten! Äh! Da ist doch so ein Holzturm! Südosten! Ja! Ja! Im Wasserturm oben drauf! Jaja! Beim Wasserturm daneben ist so ein Holzturm! Da ist einer drauf! Auf dem Holzturm! Was für ein Holzturm! Ich nehme einen Wasserturm! In südostlicher Richtung! Da ist einer! Ach der! Ja! Ich sehe es aber! Da ist keiner drauf! Doch! Ach doch! Er zeigt sich auch! Ah! Ich bin ausgelockt! Scheiße! Einen Hit habe ich! Krabbel runter! Kann ich nicht! Der hat K98! Passt auf! Der macht Bonnhill! Aus dir schießt! Warte! 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 Ah! Einer hat Warte! Soll ich zu dir fahren! Warte! Einer hat einen Kopf getroffen! Aber ein Dreifacher müsste irgendwie schon an sein aber ich habe gar nichts mehr! Ne! Nun nehmen wir seine Tasche! ich habe jetzt nicht geguckt ob er jetzt immer noch da ist hat ein head hat ein head wenn du noch einen helm findest dann immer her damit er hat einen headshot ne er hat lane hier liegt er weiter das schnellwerk dafür ist ich hab ihm headshot gedrückt noch einen ich habe ihn auch noch nicht eingegeben also er hat ein zweier helm noch an kann ich nicht nicht gewinnen er hat ein dreier helm okay das heißt er hat einen helm gewechselt er müsstest du selber holen pushen über den push den ja ich eben ab kannst du mir nicht mitnehmen ich habe keinen eventarplatz er kommt er kommt er ist runter ist runter ist nicht runter ist immer noch um drin ok aber war ganz kurz da jetzt ist er runter jetzt hockt er an der treffe davon er fährt weg ja er hat ein auto ja ja wie gesagt müsstest du das selber holen sollten die neue zone essen ich habe einen blick auf den drop so schlüsse von nord-oßen ich wechsele grad und süd-oßen ich weiß mein zweifachsucher weg und ich darf jetzt den vierfachsucher nein doch war ich Nate habt ihr Spieler also einen Gegner wer hat ne Nate geworfen das war ich ich wollte eigentlich ne Pfanne in die Hand nehmen und hab ne rauchgranate geworfen ähm ja seh ich jetzt nicht das müssen wir jetzt noch üben jaa also ich die Pfanne ist ja immer Nummer 4 ja und ich geh ne die hab ich ja nicht gedrückt ich hab 5 gedrückt jetzt hab ich nur noch eine rauchgranate ist ein bisschen wenig Auto Auto Motorrad äh Nord-Ost-Norden fährt direkt in der Mauer vorbei also fast zurück stehen geblieben äh Atlanta ist geschossen ne ja wohl ich schieß ja mit Charlie jetzt glaub ich ja äh äh bei mir aus in Richtung 15 bis 30 Grad war einer nicht mehr auf dem Motorrad äh weiter weg hinter der Straße oder vor der Straße äh Straße haben wir nach der Runde nen Platz frei ja hier hinter den Bäumen da direkt war der ach ja Richtung 15 hinter den Steinen hinterm Stein der hat ein Headshot kassiert was ein Stein da ist ein Stein genau auf zwischen 15 und 30 seht ihr den Stein nicht? äh der auch da hinten ja dahinter ist er ach der Stein ja der ist mit Motorrad hin und aufsichtigen aber da hinten seitlich Südost ist auch noch Ballerei wir sind noch nicht ganz in der Zone Leute ja ich frage mich grad wie wir am besten da reingehen da wohin da wohin ist ein Kackel grad hab ihn an, hab ihn down schön er war alleine, ok nice Rene, dank, da ab ok ich seh'n Spieler auf Südosten äh läuft's auf offene Felder seht ihr den auch? Südosten, äh hinter den Bäumen? mhm ja, willst du den doll holen? ach der? ich schieß einfach mal, ich hab ja die Schaldi ich hab den zweimal gettet dreimal erst down aber dann seh'n aber dann seh'n einen anderen wenn der down ist äh ja ich seh'n auch hat zwei Unhits SGS Unhits er ist, ok hey du hab ihn abgeschossen hier hier und du kriegst ihn noch einer weiter rechts äh links weiter links ist noch einer zwei weiter links ne er ist ausgerockt ich hab ihn ausgerockt er ist tot oh shit einer schieß noch links von 75 oh shit Schatz von 75 ich seh'n ach da Michi bitte nicht weit nach rechts gehen also nicht zu weit nach rechts so am Baum geht da krabbelt aber einer nur der hat auch richtig kassiert der hat auch richtig kassiert hoppen sind nur noch zwei Gegner Jungs Tatsache wie jetzt schon ja man wir haben die richtig gefickt man hochwusten fürs Finale noch ein bisschen hübsch machen bitte ne 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 ich hab nur einen ja ich hab fünf ja ich kann dir einen abgeben komm mal zu mir ich hab fünf liegt unter mir danke bitte ach da hat man mal richtig Lack mit der Zone die Frage ist wo sind die letzten der war der links oben in sind dann auf 75 Jahre ja der bei 75 war ein Standort jo auf 105 in dem Haus hab ich eingesehen glaube ich da kommt auch einer angefangen der Wert geschossen ja auch schon sehe ich Auto sehe ich ach da ja er macht jetzt rottkills oder was warte schatz wer schießt das war ich ich wollte nur mal testen wie stark der Rückstoß ist reichen auch noch fällt wenn es Richtung Prozent Katrin Prozent 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 aber in einer Angelegenheit ach da ist ja direkt vor uns ja der Bauch der kriegen wir auf jeden Fall hinten am Zonenrand äh links neben dir also quasi am Baum da der Einzelne direkt an der Zone Oh ich bin ausgelockt Impf 22 wholly ja das dann hinterm Baum gewesen Ok hollte mich ich wurde gehettet in Deckung wow heilige Scheiße der muss aber gleich in seinem Arsch Halche Oh, danke. Jetzt sehen wir noch einer. Bleibt in Deckung. Deckung kann man das nicht nennen. Oh, Alex. Dein Feind wurde getroffen. Bleibt in Deckung. Bleibt in Deckung. Deckung bleiben. Nicht facen. Der trifft so gut. Wo ist denn der? Ach, nach vorne irgendwo. Ja. Hinten am Zonenrand. Der muss aber gleich move'n. Ich schieß gar nicht. Scheiße. Lass den dahinter verwecken. Ich hab ihn getroffen. Lass ihn dahinter verwecken. Also, der hat nicht mehr viel Leben. Ist das richtig Hauptschüler-Taktik? Ich verwecke gleich. Jetzt muss er move'n. Er ist da an. Ja. Ja. Ba, 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 ba. Bis zum nächsten Mal.